Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Kaffeesatz lesen. Ich bin ganz gespannt, was wir entdecken in dieser Kaffeetasse. Ich halte euch nicht auf. Wir schauen jetzt in die Kaffeetasse. Hier sehen wir drei Personen. Sie sitzen und schauen nach vorne. Für uns ist nur die Rücken sichtbar. Aber das zeigt, diese drei Personen treffen sie sich. Bilden sich vielleicht eine Clique. Oder zeigt die Familie. Kann auch die Kinder sein. Und etwas, was uns momentan noch nicht sichtbar ist, was hier passiert, haben sie ein wichtiges Gespräch oder planen sie etwas. Aber sie schauen in die Zukunft. Und das sieht mal ganz gut aus. Zeigt auch Licht. Und das sind Chancen, Möglichkeiten. Wer könnte diese drei Personen sein? Und oberhalb von diesem ersten, vermutlich Frau, liegt auch ein kleiner Engel. Scheint so zu sein. Sie stehen im göttlichen Schutz. Und das war die Botschaft aus dieser Kaffeetasse. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.